Wir sind jetzt in der Kellergasse in Oberkreuzstetten. Das ist eine Kellergasse in einem Hohlweg. Der Hohlweg an sich die typische Geländeform, wo man Kellergassen angesiedelt hat. Der Hohlweg deshalb, weil der Weg ist eingeschnitten und dadurch hat man die Möglichkeit gehabt, seitlich mit den Kellern eben hineinzugraben oder nur mit einem geringen Gefälle. Man hat sich dementsprechend sehr viel Grabarbeiten der Sport. Hier sieht man ebenfalls hier das Beispiel, der Hohlweg ist nicht sehr tief eingeschnitten, aber trotzdem hat man sich die Geländesituation zunutze gemacht, eben dass man ihn nicht allzu weit runtergraben hat müssen.